Der Zündspulenabzieher verhindert Beschädigung an der Spule und am Gehäuse und ist ideal zur schnellen und sicheren Demontage von Stabzündspulen. Das Problem festsitzender Zündspulen ist ein Thema, was eigentlich jeder in der Werkstatt kennt. Wir haben ein neues Werkzeug, um diese festsitzenden Zündspulen, die ja meist irgendwo mit dem Zylinderkopf verkleben, zu lösen. Ich habe hier mal so eine Zündspule mitgebracht, sollte eigentlich jedem bekannt sein, ist eine TFSI Zündspule, muss immer wieder mal ausgetauscht werden, weil sie kaputt geht, weil sie ersetzt werden muss und hier habe ich mal ein Werkzeug für euch und zwar mit diesem Werkzeug kann ich diese Zündspule vernünftig aus dem Motor ziehen. Relativ simpel, dort wo eigentlich die Schraube saß, setze ich dieses Werkzeug ein, da ist ein Konus drin, der verspreizt und dann kann ich ganz einfach die Zündspule aus meinem Motor herausziehen. Durch dieses Werkzeug ist ein beschädigungsfreies Entfernen der Zündspule möglich, falls die Zündspule auch wiederverwendet werden soll.